Willkommen zurück zu Borderland 2, der wahre Kammer-Modus mit Schnocherine und Fuber. Hi. Moin. So, ich war jetzt schon durch, aber... Naja, wir machen schon, du bist durch, ja. Der hat sich aufladen können. Fass auf, Hyperion! Die Schüllerin! Wir rollen! Eine Million Dollar! Oh, was ist das? Ja! Sie haben versucht, Rolland zu erledigen, seit er sie aus Sanctuary vertrieben hat. Und so ist sie müssen. Raus! Das ist gemein! Der hält ja schon. Geh mir meine Hände rein! Ich war übrigens kurzzeitig sauer. Hey, du bist eh. Halt nur dir. Hnib das! Halt nur dir. Machst. Ich mach nicht nur von dir. Bitte. Nein! 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 Ein weiterer Halt. Ist ja noch einer. Ist ja noch einer. Rund. Du, mich ja auch nicht so gut. Bitte! Ein Gebruch! Ist das so eine Art Kraftverfolgung? Die... Such die denn, ja. Es sind aber nur zwei, leider. Und automatische Sanate. Wie schön. Oha! Ja! 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 Werfe Kneifer! Ach das so. Wie du? Sanate! Ja! Ja! Was würdest du sagen? Ja! 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 Hier kommt ja eine Überraschung! Ja! 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 Da war er! Wie? Ja! Ja! Willst du nicht, dass Pandora ohne diesen Abschaum besser dran wäre? Ja, ich muss gerne... Nein, 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 nein! Das heißt, dass wir am Ende nicht hin müssen. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Oh, wow. Mach ich das nur zu. Der Widerstand braucht die Infos, die Roland über die Kammer gesammelt hat. Deswegen, dass Heideon zu öffnen geht, aber nicht warum. Nein, ich denke... Bist du noch da eigentlich? Ja, ja. Ich muss mich hier sehen, dass der Große dich angreift. Ja, der kommt ja gleich dazu. Ne, der andere ist. Der ist doch bei SS. Der ist doch bei SS. Der ist doch bei SS. Boah, jetzt bin ich wieder runter in der Hand. Du hast den Fafel verwendet. Also ich... Ich höre auf heute. Ja. Endlich merkst du mal, wie du richtig spielst. Ja. Wie so ein Frosche. Ach. Hinter dir. Ich bleib hier oben. Vor allem. Ja. Ich bin auf die Hand. Entschuldigung. Besucher. Ich vermische. Eite. Ich bin nicht das mit. Ich bin nur mit. Ich bin nur mit. Hör. Ich bin nur mit. Ich bin nicht nur mit. Werken Sie? Ich hab den nicht vorliegen, schützt auf den Kopf! Ich höre meine Beine nicht mehr! Was ist da? Ich hab's das mal überlebt. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Oh nein, jetzt geht's schon wieder los. Was? Du gehst bei mir rückwärts. Ich geh bei dir rückwärts? Quatsch. Ja. Du gehst rückwärts. Du gehst bei mir rückwärts. Du gehst bei mir rückwärts. Ich hab nicht die Hälfte meiner Männer verloren, um dem neustgesuchten Verbrecher auf ganz Pantora zu entführen! Weiß ich! Ja, ich hab's gewusst! Schatz auf! Ja! Ich hab's gewusst! Ja! Nein, ich hab's gewusst! Nein, nein. Hahaha. Kein Grund zu schreien, Bro. Hey, was ist das denn? Ah! Was ist das? Was hat euer Herzen seit gemacht? Ich könnte Pornos synchronisieren. Erstmal links hoch, ne? Schon wieder ein kurzes... Stromdingens... Ne, den Typen, da killen der noch raus. Geh mir deine verdammte Beute! Oh, das war das erste Mal, dass ich auch die Geräusche hörte. Ey, was? Na, dass das Tor da abgeschalten hat. Gollin, das Tor! Stargate! Das Stargate ist öfflen! Da ist bestimmt wieder ne Muck drinne. Ja... Ja... Aber auch Muck kann man verkaufen. Was willst du damit? Oh, Iridium! Na, die Pistolen sind so nicht schlecht, aber das halt... Gold... 1-8, ne... Ja, die kommen erst später dann... Wenn die dann mal Starlevel haben. Du starb? Hm... Nein, weiß ich nicht. Oh! Boah, ich hier... Du hast ja abgekriegt, vielleicht musst du den Plan holen. Das wird ja auch nicht so heiß sein... Mehr mal! Ihn, weiß ich nicht! x2 Wir haben den Bleifräum! Zurück żebym... Jetzt... Wir haben einen Bleifräum! Wir haben den Bleifräum! Greif! Gestein! Go! Bordwocks! Schnau! Hier kommt eine Überraschung! Der Flexschlucker darf auf keinen Fall Roland befreien! Nee, nee, darf er nicht. Den darf er auf keinen Fall... Achso, die Tellen müssen wir ja öffnen. Kammerjäger, freut mich, dich endlich kennenzulernen. Klasse, wie du dich durch die Bloodshots gekämpft hast. Kein Problem. Gern die Macht. Dauert nur ne Sekunde. Eins. Aber schon ein richtig krasser Boy. Ist ja auch ein Kammerjäger. Als Commander... Okay, das war's. Jetzt sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Kammerjäger! Du musst dieses Ding stoppen! Lass mich los! Lass mich los, ver... Lass mich los! Lass mich los, verdammt! Alter, hier ist da ein Zeichen, so wie viel vorhin der Scherz. Hat das da ein Zeichen? Hm? Aber wieder nur Julius und... Hä? Ein Kammerzeichen, das meine ich. Könnt ihr Hilfe brauchen! So ein Dreck! Sie bringen ihn auf die Krone der Stamps! Los, hin! Aktiviere Kampfmodus! Warte mal! Scheiße ist dann! Respekt! Arugan, ab! Nehmt das! Steht der da oben? Pluto ist kein Planeten! Oh mein Kurve, Juh! Was mit deiner Kurve? Das war nicht zu spüren! Das war nicht zu spüren! So, ich hab glaub ich nen Token! Yes! Er hat nen Token! Möglicher Elementareffekt, das nehm ich! Nen Token hat er! Token! So, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich ne schöne Waffe hab, um den Typ wieder nachher zu töten! Ich bin grad im Menü! Bitte! Lass dir Zeit! Wie sieht's aus? Können wir? Bitte! Lass dir Zeit! So, mach mal! Juhu! Juhu! Bloodshot Ramparts! Auf geht's, Prinzessin! Töten! Du wartest nicht ab, bis ich da bin, ey! Hä? Du bist noch nicht da? Nee! Du reißt n bisschen länger, ja! Du... Jaja! Hatte hin gemein! Hatte's wieder die... den Umweg, ja! Wo bist du, Soldat? Hä? Achso! Stopp das verdammte Ding! Boah! Der Boss bringt Roland zu dem Land auf Schiff! Halt sie auf, bevor sie weg sind! Wo, 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 wo! Hyperion hat Roland? Verfluchtig! Jack hat aber nicht etwa Wilhelm geschickt, oder? Sag bitte, dass er nicht Wilhelm geschickt hat! Nein, hat er nicht! Und jetzt wo er? So, was ist denn da von der Alter, atme nicht so schwer. Äh. Ja. Warte, Level 8. Warte, Level 8. Äh, wo war denn jetzt? Ach so, wir haben vor uns. Ja. Knudi, Knudi, Spitze, bedanke dich. Spitze, bedanke mich. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Ja, töt ihn. Noch lebner. Jetzt ist er weg. 2 Erfahrungspunkte. Spitze, bedanke mich. Da kommt noch einer. Warte, warte, den krieg ich, den krieg ich. Wo bleibt er? Um dem Decke. Ciao. Spitze. Tschüss.